Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Diagnostik psychischer Störungen ist komplex und zeitaufwendig. Unsere Erfahrung zeigte, dass der Diagnostik durch die Erhebung des psychopathologischen Befundes in der hausärztlichen Praxis zu wenig Bedeutung zukommt, da sie lange dauert und zu umfangreich ist. Auch strukturierte Interviews werden aufgrund der künstlichen Gesprächssituationen im Praxisalltag häufig abgelehnt, zumal auch kaum jemand die dafür notwendige Ausbildung hat. Das ärztliche Vorgehen bei der Erhebung eines organischen Befundes ist klar strukturiert. Genauso systematisch sollten auch psychische Symptome erhoben werden, um eine eindeutige, klare Diagnose zu stellen und somit auch evidenzbasierte bzw. symptombasierte differenzialtherapeutische Entscheidung für die Behandlung des Patienten zu füllen. Prof. Berger, Dr. Lars Hölzel und dessen Arbeitsgruppe aus Freiburg und ich haben uns daher gemeinsam zum Ziel gesetzt, ein ökonomisches Verfahren zu entwickeln, mit dem psychische Störungen nach ICD-10 diagnostiziert werden können. Wir entwickelten ein zweistufiges Diagnostikverfahren. Im ersten Schritt soll sich der Behandler mithilfe eines halbstrukturierten Screening-Interviews eine generelle Übersicht über die psychische Symptomatik des Patienten verschaffen. Dabei ist sowohl möglich, die vorliegenden Fragen direkt abzulesen, als auch die Fragen mithilfe der vorgegebenen Themen und Stichworten frei zu formulieren. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit der Anpassung des Interviews an die jeweilige Situation und an den jeweiligen Patienten. Zudem können Ergänzungs- und Vertiefungsfragen gestellt werden. Oftmals kann es auch hilfreich sein, dem Patienten eigene Beispiele geben zu lassen. Ziel ist es, nach Durchführung des Interviews einschätzen zu können, ob in einem Bereich, z.B. Depression oder Angst, eine klinisch relevante Störung vorliegt oder nicht. In einem zweiten Schritt sollen dann für die Bereiche, in denen eine klinisch relevante Beeinträchtigung vorliegt, Kurzinterviews durchgeführt werden, in denen die Symptomatik nochmal genau abgeklärt wird. Anhand der Ergebnisse lassen sich dann die ICD-10 Diagnosen stellen. Für diesen zweiten Schritt haben wir für die unterschiedlichen Bereiche Depression, Angst, Sucht, Psychose usw. ebenfalls halbstrukturierte Interviews entwickelt. Als Grundlage für die Erstellung unserer diagnostischen Instrumente dient der Leitfaden zur Diagnostik und Therapie in der Primärversorgung nach ICD-10 psychische Störungen in der Praxis. Im Folgen möchten wir Ihnen anhand von Videos demonstrieren, wie Herr Professor Berger sich im Rollenspiel mit einer Assistenzerztin der Uniklinik Freiburg mit Hilfe des halbstrukturierten Interviews einen intensiven Überblick über die verschiedenen psychischen Syndrome verschafft. Wir wollen Ihnen dabei zeigen, wie die Fragen formuliert werden können und welche Reaktionen auf die Antwort des Patienten möglich sind, um zu einem umfassenden Gesamtbefund zu gelangen. Herr Dr. Hölzel Ihnen die Anwendung des gesamten zweistufigen Verfahrens demonstrieren wird. Dafür zeigen wir zunächst die Abklärung der psychischen Symptomatik mit Hilfe der Screening-Interviews. Da sich hierbei die Bereiche Depression, Angst und Abhängigkeit als auffällig erweisen, werden im nächsten Schritt die spezifischen Vertiefungsinterviews zu den Bereichen durchgeführt. Und dann werden wir die Ausbildung des Spezifischen Vertiefungsinterviews verabschieden. Vielen Dank.